Spiegel Coaching. Mehr bewegen. Folge 8. Achtung, fertig, los und so geht es weiter. Bewegung in den Alltag integrieren. Ohne Druck und mit Freude. Das ist das Ziel unseres Coachings. Vermutlich haben sie die Erfahrung gemacht, dass ihnen manche Ansätze leicht gefallen sind, andere aber nicht. Möglicherweise waren Letztere zu weit von ihren eigenen Bewegungserfahrungen entfernt und haben sie überfordert, weil sie ungewohnt waren. Das ist normal. Oder aber sie waren unterfordert. Vielleicht trainieren sie ja schon zweimal in der Woche und würden sich gerne zu mehr Einheiten motivieren? Oder ist für den Körper dreimal Training in der Woche zu viel? Und erst recht viermal? Fachärzte sind der Ansicht, dass es für Gesunde praktisch unmöglich ist, sich allein durch Anstrengung wirklich zu schaden. Die meisten Freizeitsportler geraten auch nicht in Gefahr, sich über Gebühr zu verausgaben. Eine natürliche Schranke hält sie davon ab. Wer viermal in der Woche trainiert, muss zwangsläufig an zwei Tagen hintereinander Sport treiben. Das kommt den meisten Menschen schon wie Leistungssport vor. Und bei Mannschaftssportarten sind der Trainingsfrequenz ohnehin Grenzen gesetzt. Man muss also nicht alles umkrempeln und der Fitness unterordnen und oft und lange trainieren. Denn über die Intensität einer Trainingseinheit entscheidet nicht in erster Linie deren Dauer, sondern die Herzfrequenz, die dabei erreicht wird. Nur wer seinen Puls in die Höhe treibt, der kann von den gesundheitsfördernden Folgen der Bewegung profitieren. Das wussten schon die Begründer der Trimm-Trap-Bewegung in den 70er Jahren. Und dafür muss man nicht erst die Sportklamotten anziehen, das ist auch im Alltag möglich. Wenn Sie also die Treppen hochsteigen, statt den Aufzug zu nehmen, dann legen Sie mindestens einmal am Tag beim Tempo deutlich zu. Wenn es im Bewegungscoaching zwei Einheiten oder Übungen gab, die Ihnen helfen, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen, ist das gut und reicht aus. Deshalb werfen wir nun einen Blick zurück auf alle bisherigen Übungen und Ideen. Überlegen Sie, welche Ihnen wirklich gefallen haben. Sie haben die Haltung im Stehen, Gehen und im Sitzen verbessert. Sie haben sich immer wieder bewusst gefragt, wie Ihre Körperhaltung gerade ist und wie diese die Stimmung beeinflusst. Sie haben herausgefunden, ob Sie eher sportlich, bewegungsfreudig oder bewegungsmuffelig sind und haben erfahren, wie Sie zu Ihrem Typ passende Bewegungsziele finden. Sie haben reflektiert, was Ihnen an Sport und Bewegung als Jugendlicher oder als Kind gut gefallen hat und was Ihre Lieblingssportarten sind. Sie beherrschen das vitale Gehen und können es in den Alltag integrieren. Sie erkennen Bewegungsgelegenheiten im Alltag und ergreifen sie von Treppensteigen bis Fahrradfahren. Sie haben herausgefunden, welche Bewegungen Stress reduzieren und Ihnen gute Laune machen. Sie haben konkrete Bewegungsziele formuliert. Sie kennen Bewegungsübungen, mit denen Sie Ihre Flexibilität schnell verbessern können. Sie bilden Wenn-Dann-Sätze, die Bewegungseinheiten im Alltag verankern und können so typische Hindernisse wie Müdigkeit, Zeitmangel oder Vergessen überwinden. Sie nehmen als Maßstab, was Ihnen bei Sport und Bewegung Freude macht, statt überzogene Leistungsansprüche zu verfolgen. Haben Sie eine oder zwei wirklich gute Anregungen gefunden? Sehr gut. Dann versuchen Sie, zumindest eine davon auch in den nächsten Wochen weiterzuführen. Denn wenn wir uns bewegen, tun wir unserem Bewegungsapparat, unseren Organen und unserer Psyche etwas Gutes. Und Sie erinnern sich. Wer ein Verhalten zwölf bis vierzehn Wochen lang einübt, behält es wahrscheinlich auf Dauer bei. Wichtig? Es kann sein, dass Sie ein Sportfan sind und dass Ihr Bewegungspensum ohnehin schon hoch gewesen ist, bevor Sie dieses Coaching begonnen haben. Vielleicht waren Sie dann gelegentlich irritiert, wie leicht Ihnen einige Übungen gefallen sind. Nehmen Sie das als ein Zeichen, dass Sie sich im Alltag bereits ausreichend bewegen. Dennoch profitieren auch Athleten oft von der Rückbesinnung auf die Grundlagen. Eine gute Haltung zu trainieren, den Körper und seine Bewegungsbedürfnisse zu verstehen und die Freude an der Bewegung beizubehalten. Spiegel Coaching – mehr bewegen Autorin Anne Otto Beratende Expertinnen Maja Storch und Karoline Theis Redaktion und Bearbeitung Marianne Wellershoff Produktion Sascha Ebert Sprecher Martin May Spiegel Coaching – mehr bewegen